Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu www.blogmonetarisieren.de mit dem Blog Geld verdienen, das ist unser Thema hier. In diesem Video kümmern wir uns um die Antwort auf die Frage, wie kann ich mit meinem Blog Geld verdienen. Einige Blogger sind super fleißig, haben jetzt schon eine sehr große Reichweite geschaffen für ihren Blog und wollen wissen, welche Möglichkeiten und Strategien es gibt, mit ihrem Blog Geld zu verdienen. Und eine Frage, die mir ganz besonders am Herzen liegt und von der deine Strategie abhängig ist, lautet Willst du viel oder willst du wenig mit Menschen zu tun haben, um das Thema Einnahmen zu nennen oder um Einnahmen zu generieren? Denn wenn du wenig mit Menschen zu tun haben willst, außer vielleicht mit deinem Steuerberater, der wird sich auch irgendwann mal melden, dann kannst du zu sogenannten Partnerprogrammen greifen. Das heißt, du meldest dich bei Partnernetzwerken an, bewirbst dich dann für unterschiedliche Partnerprogramme, die je nach Blog-Thema zu deinem Blog passen sollten und dann kannst du die Werbemittel von denen auf deiner Seite einbinden. Da gibt es unzählige Möglichkeiten und ich bin mir sicher, da werden auch noch weitere geschaffen in Zukunft. Dann, wenn du beispielsweise viel mit Menschen zu tun haben willst, dann hast du die Möglichkeit, dass du dich mit anderen Bloggern vernetzt und das Thema Beziehungsmanagement rückt immer mehr in den Vordergrund. Denn eine Aussage, die ich öfter mal in Seminaren getroffen habe, lautet Hinter jeder großen Website steckt im Endeffekt irgendwo ein Mensch. Und genau den Mensch musst du erreichen. Wir Menschen, wir stehen auf Anerkennung, auf Lob und freuen uns natürlich auch über Geschenke. Und wenn du das Thema Beziehungsmanagement besonders gut drauf hast, dann bedeutet das einerseits ein wenig mehr Arbeit, andererseits kann es aber auch riesig viel Spaß sein, sich mit anderen Bloggern zu treffen, ein eigenes Blogger-Netzwerk aufzubauen und Inhalte zu teilen. Jetzt haben wir folgendes gemacht. Wir haben vier große Blog-Bereiche hier aufgeführt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Beispielsweise, wenn du einen Reise-Blog hast, einen Beauty-Blog, einen Fashion-Blog oder, wir scrollen einmal runter, einen Food-Blog, sind die Strategien sehr unterschiedlich. Bei einem Beauty-Blog beispielsweise, wir klicken jetzt mal hier auf diesen Bereich. So, dauert ein Momentchen. Zack. Da siehst du auch schon direkt im Inhaltsverzeichnis Punkt Nummer 1, Zielgruppe. Was sind die Besonderheiten deiner Zielgruppe? Und wie erkennst du im Beauty-Bereich frühzeitig Trends? An welchen Orten darfst du dich aufhalten, wenn du viel mit Menschen zu tun haben willst, um Trends zu erkennen? Denn es macht wenig Sinn, eine Seite aufzubauen, wenn ein Trend bereits läuft. Es macht viel mehr Sinn, eine Seite schon vorhanden zu haben, bevor der Trend richtig startet. Dann werden Tipps gegeben, wie du mit bestimmten Werbemitteln monetarisieren kannst und unter anderem auch, wie du Sponsoren bekommst. Denn klar kannst du alle möglichen Produkte kaufen und testen und machen und tun. Das ist auch schön. Du kannst sie im Anschluss auch verlinken über die Partnerprogramme. Allerdings wäre es doch viel schöner, wenn du solche Dinge, diese Utensilien von großen Firmen gestellt bekommst. Solche Tipps werden ebenfalls weitergegeben und all diese Infos bekommst du jetzt direkt hier in dem kostenlosen Bereich. Das heißt, wir haben noch keinen Member-Bereich gestartet, wo wir diese Infos weitergeben. Zum Thema Zielgruppe, zum Thema welche Werbebanner, welche Werbeeinblendungen oder Werbemethoden, Einnahmemethoden kann man nutzen. Deshalb den Link hierzu findest du in unserer Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und ich bin sehr gespannt, beispielsweise auch beim Thema Foodblog Geld verdienen, wenn du alle Infos durchgelesen hast. Was dir persönlich noch einfällt, um Geld mit dem Blog zu verdienen. Denn es kann immer mal sein, dass du eigene Techniken oder Ideen ausgewählt hast, die sehr gut funktionieren und die gerne mit anderen teilen möchtest. Also wir wünschen dir viel Erfolg, mach das Beste aus dem Tipp und wir sind gespannt auf dein Feedback. Du darfst wie immer dieses Video liken, du darfst es teilen, du darfst auch gerne den Kanal abonnieren. Denn diese vier Themen sind jetzt noch nicht der letzte Schluss der Weisheit, sondern da werden mit Sicherheit noch andere Blogger-Bereiche kommen, die auch wieder auf die unterschiedlichen Zielgruppen eingehen und die Erfahrungen damit. Und damit wünsche ich dir auch schon viel Erfolg. Mach das Beste draus. Ciao.